Also als erstes steht für mich gute Arbeit weltweit, weltweit und bei uns. Dazu gehören faire Löhne, faire Bezahlung. Für mich gehört dazu eine soziale Absicherung bei uns, wie weltweit, Stichwort Social Protection Floor. Und als drittes gehört für mich auch dazu, ja eine Grundabsicherung aller Lebensrisiken beim Thema Gesundheit bis hin zum Thema Bildung, weil ich glaube eine Weiterentwicklung schaffen wir nur über Bildung bei uns, wie in den Entwicklungsländern. Also ganz besonders setze ich mich ein für das Thema gute Arbeit weltweit. Da habe ich auch einen Antrag dazu geschrieben, der ganz vieles beinhaltet. Ich sag mal so unter dem groben Obertitel, wer zahlt denn eigentlich für unseren Konsum und was müssen wir verändern, damit diese Welt ein Stück weit gerechter wird und damit wir auch wahre Preise bezahlen für das, was andere Menschen für uns leisten.